dich da oben habe ich es abgesehen gehabt alter lauf wollte mich gerade heilen so geschützt ist erledigt da ist eine kiste da oben ist auch eine kiste das habe ich jetzt gleich alles ein bevor ich hier weiter gehe ich habe was gefunden flycatcher nichts hören flycatcher finden aufklärungsdaten zum sammeln auswählen wir haben die zugangscode von arrow gefunden sehr gut ok wunderbar flycatcher wir catchen dich müssen wir wieder stockwerk höher oder wie ich habe kein plastenschimmer normal ja weil noch tiefer glaube ich wird es ja nicht mehr gehen ja wir müssen höher wahrscheinlich hier irgendwie die treppen oder gehen wir hier die treppe hoch also ich bin jetzt im hangar die treppen hochgegangen falls dich jemand sucht ja die aufzüge funktionieren das ist doch hier irgendwo das ist doch irgendwo da warte mal jetzt hier vielleicht noch expo ist schon höher er erzählt ja nicht ne der hat sich das mikro aus 100 pro da geht die treppe hoch gehen wir mal hier hoch ne das ist nichts hier hier ist nichts hier ist nichts ich bin gerade erschrocken jetzt muss man mal gucken dass wir expo finden hier wieder wo ist er denn expo ja wo bist du am spielen ja echt jetzt doch wir machen hier picknick ach so spielt ihr auch das gibt es ja nicht ist ja cool hast du den catcher gefunden oder wie oder was who the fuck is the catcher ich weiß es doch auch nicht weil ich gehe jetzt hier die leiternummer hoch wo bist du überhaupt ja eins hat abgeschlossen er hat es gefunden aber fertig ja dann werdet ihr das im stream sehen weil ich habe ihn nicht gefunden eine fertigkeit das auch noch irgendwo eine flycatcher p90 haben wir gekriegt aber wo ist da der punkt ja wahrscheinlich oben bei expo und er erzählt ja nicht wie er da hingekommen ist tut er ja nicht verraten sowas tut 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 ja eigentlich weg zurück wie wir gekommen sind die lange leiter wieder hoch das habe ich mir fast gedacht ja und da oben hast du ein fertigkeitspunkt oder steckt ja die gewisse logik weiß ich jetzt nicht ist hier einer ja weiß nicht siehst du es nicht auf deiner karte kann sein dass ich den schon geholt habe ich war ja schon unterwegs zum fertigkeiten punkten fertigkeitspunkte sammeln weißt du ach so einer alleine allein allein alleine wie er das sagt alleine ja alleine alleine weil ja sonst keiner spielt mit mir nur als stream opfer für den channel stream opfer so findet das nur oder war ja da ist er ja ein die langen leiter wieder hoch die ja bin ich doch schon ja also da bist du doch da kommt doch daher da 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 muß das ist der flycatcher wie oder war es das war ja 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 da will ich sagen wir haben es geschafft da die türe ja stimmt ja oder expo hat ein flycatcher gecatcht die ist jetzt offen auch darum würde ich sagen ladies für heute würde ich sagen machen wir feierabend oder expo was sagst du ich habe hier zwei einhauen ein hielchen gefunden zwei herr ja und was 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 machst du mit dem warum sind die hier das weiß auch ich nicht ein tag war weise nicht wieder in welcher welt du dich darum treibt man kann es nicht nehmen guckt sich es gerade genauer an das sind zwei einhörer ach so dead die kenne ich irgendwoher warum sind die da naja so ein ernstes spiel und dann tauchen da auf einmal so mit kleinen spielzeug tierchen auf ja du vielleicht haben die leute hier auch kinder ja und die kinder die programmierer meinst nein 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 die leute was hier arbeiten guck doch mal wie viele leute hier arbeiten mache einhören dann wirst du nicht an so einer stelle deine kinder spielen lassen da können sie jederzeit runterfallen gefährliche treppen hier können so durchfallen hier noch schlimmer ja gut hier sind scheiben davor aber niemand lässt hier seine kinder ich würde hier meine kinder spielen lassen ja bloß wenn sie dir auf den sack vom spiel mal hier ja unterhalte die leute hier ja genau gut dein spielzeug ist runtergefallen schnell hinterher holst du dein spielzeug dann sind sie abgelenkt man kann sie abknallen so naja dann ist es voll bebracht ja wir können uns restlich dann zoomen erzoomen beamen beamen gebrochene zähler nicht wegfliegen ne guck ich guck mir mal ich guck mir mal das hier noch an von der luftseite aus was sie da hingebaut haben hat ja mal wieder spaß gemacht nicht nicht hat es ja hat spaß gemacht sehr viel spaß samt eurer krankheit so sieht es von der luft aus müsst ihr mal dann bei mir gucken mit der ström zusammenfassung es ist ein riesen komplex hier ja ja ich zeig es gerade von der luft aus von oben mit dem hubschrauber schon von wo hatte ich denn das gezeigt ja geffen wo hast du das gezeigt vor allem wann hast du das gezeigt von einer ebene wie man am draußen sieht ne mit der drohne mit der drohne genau mit der drohne genau mit der drohne mit der drohne das ist nicht erne damen und Herren damen und Bären äh wer jetzt nicht wer jetzt nicht gespoilert werden will ist ein Schild seht ihr das wenn ich da draufballere ja und wir sehen uns ein Schutzschild seht ihr auch meinen Hubschrauber ja ja jetzt nicht mehr weil ich jetzt reintürme mich verstecke ja meine Freunde jeder jeder der jetzt nicht gespoilert werden möchte ähm der geht schön fein ins Bett der schaltet jetzt ab ja denn denn jetzt kommt die aktuelle Spielstand von Farmers Dynasty äh wie es jetzt momentan in Wirklichkeit aussieht weil die Streams die jeden Tag erscheinen ähm ziemlich am Anfang sind und wer wissen will wie die ganze Farm aussieht wenn sie fertig ist der kann jetzt kurz gucken wer abwarten möchte und und bis jetzt soweit im Stream also in den Film ist der schaltet aus scheitert dass die ich guck scheitert dass die Gebäude nicht kaputt gehen ich habe einen Zivilist getötet das tut mir aber leid naja mach es nochmal naja ich gehe ich gehe mal hier landen und dann machen wir Feierabend was für Biwak gehen wir denn haben wir ja nach Ehre wohl würde ich vorschlagen gehen wir oder unsere Hauptbasis wir befinden uns jetzt hier auf der Farbe von Bauer Exposito oh 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 die sind schon auf der Farm ja wir sind schon auf der Farm und äh ersichtlich ist jetzt vorne das Wohnhaus im fertigen Ziegstart Expo warte mal ganz kurz ich beende mal ich beende mal hier schnell die Aufnahme und jetzt bist du schnell beim Expo schauen gell also bis dann tschau tschau also ja du kannst es ja du kannst es ja schneiden nein das machen wir nicht ich beende jetzt einfach die Aufnahme und man sieht sich wieder ne ich hab schon beendet